Frenkel frottelt. Heute. Let's play the hunter. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist ein Lagerfeuer. Ja. Was macht das hier? Moment. Keine Ahnung, was das ist. Aber da vorne ist ein Ausrufezeichen. Ne, da gehe ich nicht hin. Da war ich schon mal. Ich glaube, das war eine Brücke oder so. Da gehen wir jetzt mal hin. Zumindest in die Richtung. Ja. Und zwar, ich habe ja noch eine Rechnung offen mit einem Schwarzbären. Deswegen werde ich mein Hauptaugenmerk auf Bären richten heute. Ja. Ja. Der hat mich einmal umgelegt. Der blöde Mistkerl. Und in der vorletzten Folge war es, glaube ich, da hatte ich ihn schon an den Ohren. Also ich habe ihn schon knurren hören und dann ist er irgendwie abgehauen, der blöde Penner. Und ja, der ist jetzt irgendwann mal reif. Ja. Weil so geht das nicht. Ja. Man veräppelt keinen Harald Frenkel. Da gibt es aufs Maul. So. Und falls es mal wieder zu einem direkten Aufeinandertreffen im Nahkampf gibt, habe ich diesmal eine besondere Knarre dabei. Die hatte ich noch nie. Und zwar, die ist momentan mit Vogelschrot. Ich kann sie nicht geladen. Ich kann sie aber auch anderweitig laden. Eine schöne Pumpgun. Ja. Die ist deswegen gerade mit Vogelschrot beladen. Falls ich irgendwie ein Truthahn treffe oder so, dann möchte ich ja dann auch töten können. Nein. So. Da war irgendwas. Da hat was geschrien. Das klang mir nach Wildschwein. Ja. Das ist in diese Richtung. Da sieht man es ja so leicht an dem Hunter Mate links. Die Schallwellen. Und weil es gerade so gut passt, werde ich mich mal in diese Richtung bewegen. So langsam. Ja. So. Ähm. Dieser Jagdausflug, den ich jetzt starte, ist eventuell der letzte. Ihr habt anscheinend genug gesehen von der Hunter. Ähm. Die Klickzahlen entwickeln sich leider zurück. Und ja. Ich habe es auch wirklich lange, lange, lange gespielt. Ähm. Sobald dieser Bär tot ist. Sobald dieser blöde Kerl um die Ecke gebracht ist. Ja. Ist es dann vorbei mit der Hunter. Oder? Das kann allerdings noch so 10 bis 20 Folgen dauern, wenn ich Pech habe, glaube ich. Aber ich tue natürlich mein Bestes, ähm. Diesen Bären schnell zu erlegen. Und äh. Ich habe deswegen Vogelschrot in der Pumpgun drin, weil ich ähm. Im Zweifel natürlich auch was anderes umlegen möchte, wenn es mir vor die Füße fällt. Man will ja so ein bisschen variabel sein. Aber ist doch cool, oder? Das Teil. Wenn ich mir das so mal angucke hier. Das ist so ein bisschen. Hat so ein bisschen so ein bisschen was von, äh. Terminator. Auch so mit den Handschuhen. Von Arnie. So. Für Leute, die neu dazugekommen sind. Das gibt es ja immer mal wieder. Erkläre ich so ein paar Details vom Spiel natürlich. Damit die alle ein bisschen mitkommen. Ne. Also auf der einen Seite habe ich jetzt links mein sogenanntes Hunter Mate. Das ist quasi ein iPhone für Jäger. Das kann alles, äh, identifizieren, äh. In welche Richtung ein Tier geschissen hat und so. Und dann, äh. Weiß ich, wo ich hinlaufen muss. Klingt nach Science Fiction. Ist aber so. Ich weiß nicht, ob es das in Wirklichkeit auch gibt. So. Und ich bin gestartet, wie immer, sehr früh. Fünf Uhr. Damit habe ich am besten Erfahrungen gemacht. Bislang. So. Und jetzt, ähm, schleiche ich da hier über dieses Feld. Mal gucken. Man muss ja immer mal schauen. Neulich bin ich irgendwie... Da habe ich so gebannt auf mein Hunter Mate geglotzt. So irgendwie mittig, dass, äh, ich gar nicht gemerkt habe, dass links oben am oberen Bildschirmenrand ungefähr eine Sekunde lang ein Wildschwein vorbeilieb. Das passiert dann eben schon mal, wenn man auf andere Sachen konzentriert ist. Ja. Die Grillen zirpen. Das ist sehr schön, aber das hilft mir nicht weiter. So. Jetzt hat wieder was gegrunzt, glaube ich. Das ist eine neue Spur. Die nehmen wir doch auch mal. Solange wir nichts... Ja. Okay. Das ist auch da in der Richtung. Also das scheint so was wie eine, äh, Wildschweinfamilie. Eine Kelly-Families, äh, Kelly-Family-Wildschweinfamilie rumzulaufen. Direkt auf der Straße, wenn ich das richtig sehe. Das trifft sich gut, weil, wie gesagt, das ist die Richtung, die ich, äh, sowieso eingeschlagen habe. Wo es auch, ähm, in Richtung diesen roten Punkt geht, den ich markiert habe. Also, laut, latschen wir da einfach mal weiter. Solange wir keine Bären, äh, Spur entdeckt haben, äh, geben wir uns eben mit anderem Getier zufrieden. Ist ja logisch. Und irgendwas muss der, äh, muss der, äh, Jägersmann ja leben. Ja. Man braucht Geduld. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt. Man kann aber auch nicht so lahmarschig machen bei Let's Plays, weil sonst schlafen einem ja die Zuschauer ein. Das heißt, man muss so irgendwie einen Mittelweg finden dann bei so einem Spiel. So, dass es irgendwie einigermaßen interessant bleibt. Ähm, und, äh, man trotzdem ab und zu mal einen Erfolg hat. So, jetzt gehen wir mal auf diesen kleinen Steinhügel. Vielleicht haben wir da auch eine gute Sicht auf den, äh, aufs Tal, auf die Straße, wo ja offensichtlich ein paar Wildschweine unterwegs sind. Meine andere Waffe habe ich noch nicht gezeigt heute. Das ist aber meine Standardwaffe. Die kennt ihr ja alle. Das ist die mit dem, äh, Zielfernrohr. Gut, dass wir die jetzt auch mal durchgeladen haben. So, jetzt haben wir da freie Sicht oder nicht? Naja. Scheint noch ein bisschen weiter weg zu sein. Ich habe die ja direkt auf der Straße gesehen. Ist das dann auch erst hinter dem Hügel noch, oder was? Na, dann marschieren wir einfach mal weiter. Also, am liebsten ist es mir ja, wenn ich eine Spur habe schon, ja, und mir auf dem Hunter-Made eine Richtung angezeigt wird, wo, äh, sich das Tier wahrscheinlich hinbewegt hat. Und ich es dann hören kann. Und dann noch zusätzlich zu dieser Fährte quasi, ähm, das Geräusch lokalisieren. So, da vorne haben wir, da sieht man da einen Strich, einen roten hier, direkt jetzt hier in der Bildschirmitte. Das ist eine Spur, eine Fährte, allerdings eine Fährte nicht dieser Wildschweine, die ich gerade verfolge, sonst wäre sie komplett eine rote Kuppel, sondern das ist eine neue Spur. Das schaue ich mir jetzt mal kurz an. Kann natürlich sein, dass es ein anderes Wildschwein ist. Angucken kann man es ja mal. Es ist ein Kackehaufen. Das ist natürlich schon sehr interessant. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dieser Kackehaufen ist wirklich interessant. Den gucke ich mir jetzt mal an hier. Ein Bär im Werten im Meer. Das ist ja schön. Da bin ich ja froh, dass ich das angeguckt habe. So. Das heißt, hier in diesem gestrichelten Kreisgebiet soll schon ein Bär sein. Ich werde wahnsinnig. Jetzt wird es, äh, richtig gefährlich. Also, da werde ich jetzt erstmal gucken. Ähm, Moment. Da werde ich jetzt hier erstmal meine... Meine Munition ändern müssen. So. Dann laden wir die Pumpgun nämlich mit, äh... ...ordentlichen Flintenlauf geschossen aus. Wie gesagt, für den Nahkampf ganz gut. Weil... ...diese Schrotflinte hat ja auch kein, äh, Fernrohr obendrauf. So. Einmal durchrepetiert so. Da muss ich dann so richtig schön Kimme kornen und so, ne? Oldschool. Okay. Also, es soll hier ein Bär sein. In diesem Kreis. Das ist natürlich ein großer Kreis. Das heißt, es wäre nützlich, jetzt vielleicht noch eine weitere Spur zu finden von ihm. Und das wird schwierig. Weil hier direkt in der Umgebung ist nichts. Das war die Stelle, die ich eben jetzt gerade hatte. Das ist dann so eine rote Kuppel. Und so eine rote Kuppel suche ich jetzt noch eine, um ihn besser lokalisieren zu können. Gleichzeitig laufe ich irgendwie wieder in diese Richtung, wo dieses Wildschwein unterwegs war. Das kann ja nicht schaden. Vielleicht stoßen wir durch Zufall auf ein Wildschwein, das wir noch nebenbei abknallen können. Was war das jetzt hier? Das war eine neue Spur. Die will ich nicht. Ich will jetzt den Bären verfolgen. Hauptsächlich. So. Jetzt ist das hier gar keine Straße, oder was? Was ist das denn dann? Ja, das Problem an Bären ist, wenn man sie nicht zuerst entdeckt und sie entdecken einen zuerst, dann wird es gefährlich. Und da hat mich ja schon mal einer umgenietet, gell? Das wollen wir verhindern. So, in diesem blöden Kreis soll ein Bär sein. Jetzt brauche ich doch... Ah, da vorne ist wieder eine Spur. Das ist aber wieder eine andere. Ja, das sind Striche. Das heißt, ich vermute, dass das hier die Wildschweine sind. Die hier rumgedackelt. Und da ist ja auch eine Straße, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Das könnte ein Hirsch sein. Ich will die jetzt nur nicht untersuchen, weil ich sonst... Augen auf, Herr Frenkel. So, was war das jetzt? Das klingt jetzt irgendwie nach Truthahn. Das ist mir egal. Also, das könnte tatsächlich ein Wildschwein sein hier. Lieber wäre mir jetzt aber eine Bärenspur, ehrlich gesagt. Weil ein Wildschwein habe ich ja schon gekillt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe es gekillt mit einem sagenhaften Schuss mit Pfeil und Bogen. Und zwar so sagenhaft, dass es nur verletzt war und weggerannt ist. Ich habe es aber gefunden. Es ist dann verblutet. Das finde ich ja sehr, sehr tragisch. Aber ich konnte es nicht ändern. So, da ist alles voller Wildschweinspuren hier. Und dieses eine Häufchen Bärenscheiße, das hat mir jetzt irgendwie auch nicht so weitergerufen. Verdammt! Ich will einen Bären! Hier wimmelt es von Pferden. Wirklich massenhaft. Das sind aber wahrscheinlich alles Wildschweine. Ja, 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 ja. Die sind ja überall rumgelaufen. Auch hier und da und auch Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, 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 Mann. Also das ist ja schon wieder aufregend hier, ne? Ja, gut, jetzt kann ich im Prinzip auch dem Wildschwein folgen, weil, ähm, oh Gott. Ist jetzt auch schon egal. Weil dieser, ähm... So, welche Spur ist das jetzt hier? Ist das irgendwie noch eine, die ich hier noch in der Nähe habe, die ich da nochmal untersuchen kann? Nein, das ist nicht der Fall. Doch, da vorne. Ja, aber dieser eine Haufen Bärenscheiße, der hätte mir ja nicht wirklich weitergerufen jetzt auf Dauer. Mann, Mann, Mann. Hier ist aber was los. Das fährt mir noch was anderes ein. Ich muss hier diesen Geruchsdesinfizierer da mir mal kurz einverleiben. Mich, ähm, nicht so menschlich stinkend machen quasi. So, da haben wir jetzt die fortführende Spur. Und die zeigt mir jetzt auf dem Hunter-Made hier so einen kleinen Trichter direkt vor mir an, an der Spitze, ja. Und in diese Richtung, ähm, hat sich dieses Tier wahrscheinlich bewegt. Wahrscheinlich deswegen, weil es natürlich nie ganz genau sein kann. Und auch eventuell mal nach rechts oder links abgebogen. Ja, gut, ein Bildschwein wäre schon auch ganz schön hier so, als Erfolgserlebnis, wie gesagt, ne. Aber letztlich wäre mir der Bär doch deutlich, deutlich wichtiger. Und jetzt bewege ich mich doch schon sehr weg von dieser Bären. Scheiße, das ist nicht so schön. Das gefällt mir nicht so gut. Na komm, wir bleiben jetzt einfach mal dabei. Das sind alles andere Spuren wieder. Mann, 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 ey. Was war denn hier los hier in Bern-Volksfest, äh, im Bildschwein-Volksfest oder was? Ist ja unglaublich. Ah, da hinten sehe ich es. Jetzt geht es weiter da hinten. Also da vorne haben wir jetzt noch hier einen Strich als Fährte. Das ist ein anderes Tier. Aber dahinter, dahinter tut sich die nächste Spur auf. Meines Wildschweins, meines ganz persönlichen Wildschweins, das ich jetzt verfolge gerade. Ja, und das ist tatsächlich brav in diese Richtung unterwegs. Ja, und dann haben wir auch schon einen Kreis. Ja, das ist schon ein vielversprechender Hinweis jetzt, ähm, nachdem es jetzt dreimal in die gleiche Richtung gelaufen ist, dass es auch wirklich in dieser Richtung unterwegs ist und dass ich es eventuell finden könnte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, da muss ich mal... Oh, was war das denn jetzt wieder? Ne, wir bleiben jetzt bei der Spur. Kann ich mit dieser, ähm, Pumpgun eigentlich auch ein Wildschwein töten im Nahkampf? Da muss ich mal kurz hier nachgucken. in meiner Liste. Äh. Moment. Wo haben wir es denn? Ja, offensichtlich ja, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Da geht die Spur weiter. Och, du Schande. Ach, du dicke Schande. Nicht! Stehbleiben! Mann! Och, kacke! Weg! Aus! Dreck! Ich hab's doch getroffen! Ach, ich bin so doof. Was ist jetzt wieder los? Jetzt ist es wieder geflüchtet. So, jetzt wird's schwierig. Ähm, hab ich's verletzt? Normalerweise ja. Haben wir hier Blut? Haben wir hier Blut? Nein, das ist kein Blut. Ach, Mann! Ich bin doch auch echt so blöd. Wo hab ich denn jetzt hingeschossen? Ich depp. Mistkram! Ja, ja, das freut euch wieder, gell? Weil ich mich wieder so doof angestellt hab. Verdammt normal, ey. Jetzt hab ich das... Also normalerweise, wenn es Blut hin würde, dann müsste ich ja jetzt irgendwo Blutspuren finden. Ah.